Als Grundrezept für unseren Wein haben wir 7,5 Kilo Beeren, 5 Kilo Zucker, 15 Liter Wasser und 10 Decker Germ. Die Beeren, die wir verwendet haben, sind Himbeeren, rote Riebissel, schwarze Riebissel und Josterbeeren. Du kannst aber auch alle anderen Beeren verwenden, zum Beispiel Stachelbeeren, Erdbeeren, auch Kirschen. Ja, im Grunde genommen kann man sogar jedes Obst nehmen. Bei Äpfeln und Birnen und bei größeren Obstsorten ist es allerdings meistens nötig, sie zu zerkleinern und zu pressen. Das Ergebnis nennt sich dann nicht Wein, sondern Moost. Wir machen aber heute Beerenwein. Bei der Weinherstellung ist es allgemein nötig, ganz sauer zu arbeiten. Wir verwenden ein Fass, das wir schon im letzten Jahr verwendet haben und waschen es gründlich aus mit Wasser und Seife. Und damit wirklich keine Bakterien und Keime mehr im Fass sind, spülen wir noch einmal mit kochendem Wasser aus. Das Wasser wird in das Fass geleert und gründlich hin und her bewegt, damit wirklich jede Stelle mit dem heißen Wasser in Berührung kommt. Die Beeren, egal welche es sind, sollten möglichst gut zerdrückt werden, damit die Hefe danach später ganz leicht an den Zucker herankommt und so viel wie möglich davon zu Alkohol umwandeln kann. Danach werden die gut zerdrückten und zerquetschten Beeren ins Fass gefüllt. Es werden die gesamten 15 Liter Wasser erhitzt, eventuell sogar zum Kochen gebracht und mit dem Zucker über die Beeren gegossen. Der Sinn dahinter ist, dass Bakterien oder andere Keime, die sich auf den Beeren befinden, abgetötet werden. Und wirklich nur der Germ die Gärung in Gang setzt. Danach muss die Mischung unbedingt auskühlen. Sie darf nicht mehr als handwarm sein, sonst könnten auch die Hefepilze sterben und keine Gärung findet statt. Sehr bald, nachdem die Hefe in die lauwarme Mischung gebröckelt worden ist, beginnt auch schon die Gärung. Du siehst es daran, dass sich erst Blasen bilden, später dann die Beeren nach oben steigen und sich schaumig aufwerfen. Den Fassdeckel schließen wir für die Gärung selbst nur locker. Es soll immer ein Gasaustausch möglich sein, denn sonst erhöht sich die CO2-Konzentration so stark, dass die Gärung stoppt oder in eine andere Richtung abläuft, die wir nicht wollen. Wir wollen eine saubere Alkoholgärung. So, nun ist der Wein von unserer Seite fürs Erste fertig. Er kann jetzt von selber weitergären. Die Grundgärung dauert etwa 6 Wochen. Dass sie abgeschlossen ist, erkennst du daran, dass die Beeren zu Boden gesunken sind. Dann ist der Wein fertig. Du kannst die Beeren abseihen und kosten. Oft ist es so, dass nach dieser Grundgärung der Wein sehr herb ist, weil sehr viel Zucker zu Alkohol umgewandelt worden ist. Wenn das der Fall ist, stelle eine Mischung aus einem halben Kilo Zucker und 2 Liter Wasser her und gib sie dazu. Wenn der Wein immer noch zu herb ist, wiederhole die Prozedur. So lange, bis er genauso schmeckt, wie du ihn haben willst. Nun ist der Wein für den Genuss fertig. Er kann sofort getrunken werden. Allerdings verbessert sich das Aroma innerhalb der nächsten Monate immer weiter. Die Geschmackrichtungen der Beeren kommen immer stärker heraus. Der Wein wird etwas weniger süß und gehaltvoller. Es liegt also ganz an dir, ob du es schaffst, den Wein so lange aufzuheben. Nähere Informationen findest du auf die Landluft.blogspot.com Nähere Informationen findest du auf die Landluft.blogspot.com